mehr japaner ok 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 das heißt wir haben auf jeden fall die deutlich bessere eco können den einen oder anderen schabernack machen müssen nur aufpassen vor pikes ja 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 Ja, ja, ja. Mal gucken, er wird wahrscheinlich Manet Arms eröffnen, zumindest machen die Japaner das ganz gerne so. Also können wir vielleicht doch keine Scouts spielen, sondern müssen irgendwie eine Ranger eröffnen, weil japanische Manet Arms mit Scouts abwehren ist ziemlich schwierig. Insofern lieber gleich Ranger eröffnen. Hey Joker, was geht? Willkommen. Oh, okay. Soo, okay. Hey Inno! Moin! Vorhin auch gestreamt, habe ich gesehen. Wie lief es bei dir? Wie lief es bei dir? Spielen wir 19 Pop Range? Ich glaube so. Wie lief es bei dir? Wie lief es bei dir? Boah, das war ne knappe Nummer. Den einen hat es fast umgerafft. Film mit 10 Nahrung, na klasse. Cool. Okay. Früher waren wir beide mal 1500. Haben wir früher mal gegeneinander gespielt. Warte mal, hier ist ein Gold, hier ist ein Gold, dann was war da irgendwo. Klassischer Scout Trade. Der hat auch 19 Pop gespielt. Ist nicht auf Gold, okay, 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 keine Männerdarms von ihm, okay, 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 komplett verschätzt. Was ist denn der Stunt von ihm, Scouts, Forward, Tato Rush? Aber für Tato Rush wäre er ja auch auf Gold. Müssen eigentlich Scouts sein, aber wo ist dann sein Stall? Ja, tatsächlich Scouts von ihm, wow. Da hätte ich ja jetzt gar nicht mit gerechnet. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist eigentlich smart. Lass einfach FC da draus machen, oder? Was ist das? Das ist gut. Schöpfe die doch abwand Ob das jetzt so smart war, jetzt eine X-Bowl, äh, X-Bowl, äh, eine FC-Transitioner draus zu machen? Wird er ja auch irgendwo riechen, oder? Uh, Skirms! Gotten? Oh, auf! Ich-Bowl-Sache. Ich-Bowl, Jaa! Ich-Bowl-Sache. Ich-Bowl... Ich-Bowl-Sache. Sleven, danke für den Follower. Lohnt sich eigentlich nicht. Ist das in Range? Nee. Lohnt sich. Geht es nicht so, dass ich hier nicht so, dass ich hier nicht so, dass ich hier nicht so. Das ist Danny AOE. Hey, was geht? Willkommen. Der muss doch irgendwo ein Hole haben, oder? Ich will jetzt nicht mein ganzes Timing verballern hier. Oh mein Gott! Ich mache das nicht. Das ist ein Einfluss. Ich habe das nicht. Schau mal, schau mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020